Ich habe jetzt ne 24 Eisenerz, könnten wir jetzt in der komplette Rüstung machen. Ja, Nick, warte mal kurz, ich hol mir kurz Nasen zu. Okay. Oh, scheiße, nein, ich muss ja auf ihn aufpassen. Kacke, er steht einfach auf einem Block, wenn er so runtergeschöpst werden würde von Zommy, dann wäre er sofort tot. Kannst du ja den Block unter ihn abbauen. Wer ist echt doof, wenn er jetzt sterben würde. Ha, ich baue auch mal den Block unter ihm ab. Ja, dann passiert ja doch nichts. Scheiße, ich bin zu dumm, ich habe mal vergessen, den Spitz zu nehmen. Egal, dann nehm ich die Eisenspitze, okay. Ja, ich baue auch gerade mit ne Eisenspitze, okay. Ja, aber ich wollte mir eigentlich dies so aufheben für wichtigere Erze, Diamanten oder Redstone und so weiter. Ich sehe sowieso schon kommen, Notizplatte ist einfach der erste mit Diamanten. Ja, ja, ja. Ja, aber echt so, du wirst wohl nicht echt der erste mit Diamanten sein. Das wäre einfach, das wäre nass. Hey, ich bin schon mal der, der mittlerweile am meisten Redstone hat. Könnte eventuell daran liegen, dass niemand anderes Redstone hat, aber egal. Ja. Okay, also, dann mache ich mir jetzt hier noch schön, äh, ich mache einen Brustpanzer von Minecraft, die mache ich erst mal. Oh ne, jetzt muss ich erst wieder diesen Scheiße, die ist da weg, willkommen. Erst immer da hin. Nein, ich warte lieber, bis er wieder da ist, bevor der Brustpanzer respawned. Ist ja ganz schön scheiße. Äh, despawned. Respawned. Der Brustpanzer wahrscheinlich nicht. Hm. Ich sehe es so komisch. Hm, wahrscheinlich. Da steht im Chat, Minecraft, die was blown up by Creeper. Nein. Ist doch auf mich auffassen. Ich gehe trotzdem jetzt nochmal raus. Voll. Äh, auf Monsterjagd. Das ist ja schon Zombie. Hallo, Zombie. Monsterjagd. Ja, noch mehr Eisen. Hat eigentlich schon irgendwer in der Rustpanzer, äh, ne, ähm, Wüste gefunden. Wüste? Ja. Ich bin ja die ganze Zeit. Hey, scheiß Wüste, ich muss jetzt auch wieder runtergegangen. Ich bin ja in der Nähe vom Spawn, das glaub ich ein Strand. Ah, stimmt, danke. Da will ich jetzt wohl schon gleich hinlaufen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Strand war oder ob es nur so ein... Nein, Kraft, die kommt zurück, ich hab plötzlich ein Skelett. Ah! Ich weiß, dass wir sie ja sowieso nicht töten, also ist dir egal. Ja, das ist einfach währenddessen runter vom Server geht. Junge. Oh, hier ist richtig viel. Ich glaub, da kommt wieder. Ja! Der Mikro bist du? Ah, hier ist ja schon... Äh, ich bin hier. Ach da. Ich hab den Eisenbrustpanzer gemacht. Ich baue... Ich baue hier schon Ewigkeiten einfach in eine Richtung. Ich glaub, ich sollte mal eine andere aufschlagen. Ähm, äh, ein Schwert hab ich noch nicht gemacht, aber da ist ja auch noch Eisen drin, ganz viel. So, ja, ich... Du lässt jetzt mal nicht rufen und dann gehe ich in eine andere Richtung. Oder auch mehr. Naja, egal. Äh, ich mach uns mal eine Spitzhacke und ein Schwert, okay? Okay, gute Idee. Oh, erstmal kann ich nur eine Spitzhacke machen, egal. Ich glaub, ich hier erste Crab-Tore hier unten. So, ah, jetzt mach ich noch eine Spitzhacke. Mit Sachen, die kein Mensch braucht. Und... Ja, gib sie doch einfach weg, wenn du sie sowieso nicht brauchen wirst. Ich bin in meinem Schwert. Komm, lass mal das Schwert hier weg. Die Spitzhacke behalte ich noch mal. So, okay. Ähm, hier ist dein Schwert und deine Spitzhacke. So, gucken, wie viel Eich haben wir noch. Also, ich hab jetzt das 7. Jetzt kommen gleich... Also, jetzt hab ich 8, jetzt kommen noch 4 dazu. Dann haben wir 12 und dann reicht das leider nicht für zwei Eisenhosen im Mess. Dann machen wir es aber hell, ne? Okay. Gut, mir fehlen jetzt noch... Nur noch ein... Fehlen jetzt auch noch ein Schuhe. Und dann bin ich auch voll Iron. Yay. Der Pro-Gamer hier am Start. Äh, kommst du dann wieder nach oben, oder? Nee, ich möchte das mal Diamant finden. Achso, hier zwei Teams haben sich gebildet. Bei Gruppchen. Naja, was für Teams, bitte schon. Ja, weniger. Das einzige Team seid ihr. Öh. Das ist ja wohl gelogen. Friedi und du nicht? Äh. Naja, ihr doch nicht. Der Typ ist hier weg. Das ist ein richtiger Pisser. Äh, den braucht doch keiner. Aber ich könnte dem theoretisch... ...für seine erste Folge so ein paar Sachen hinlegen, ne? Eisen? Ja. Ja. Könntest du theoretisch... ...so dass er irgendwie direkt so mit Eisen-Sachen anfangen kann? Alter, bei meinem Techa-Pack ist das voll komisch. Man sieht einfach den... ...der Helm bei meinem Techa-Pack hieß ich benutze. Momentan hat maximal noch 14. Überdeckt einfach den kompletten Kupfer, also man sieht dann einfach gar nichts mehr von dem Skin. Irgendwie komisch. Komisch. Ähm. Ach ja, für die, die es interessiert, ich bin zu das Waldgeist Techa-Pack von... ...und, let's work on my craft. Und wen ist bei mir interessiert, ich benutze das von Yannick. Und wenn das bei mir interessiert, ich benutze das Rabauken-Pack von Dr. Banks. Ja, okay, du bist dran. Ich benutze das zu Ex-Theory-Dick-Kauf, beste Stix-Unpackheit der Welt. Boah, ich hab's ja mal voll langweilig, kannst du nicht mal was Neues ausprobieren. Ah, Lauper! Und ich benutze den, äh... Cooter Shader Patch 1 Ultra. Boah, man, ihr mit euren schmischen Shadern. Und ich trotzdem noch mit 60 FPS aufnehmen. Schade, ich hab vorhin auch mit Shader ausprobiert, aber dann hatte ich nur noch 20 FPS und das war dann nicht so geil. Mein Aufnahm Online, da ist ja immer noch laber, das ist eigentlich logisch, aber... So, jetzt hab ich noch ne neue Spitzsacke-Apparade und... ...dann muss ich sagen, ich baue mich mal in die Richtung. Der wird echt doch abhängig, ne? Nee, ich bin ich nicht. Nee, nee, nee. Abhängig von? Nein, kein... Nein, kein bisschen. Nee, abhängig ist. Wieder Eisen, wieder Eisen, wieder Eisen. Ich hab auch Eisen gefunden, so viel. Oh, ich hör hier Lava. Meistens findet man in der Nähe von Lava. Diamanten aber. Oh, müsste... Das ist nicht bestätigt. Was denn? Wenn wir jetzt irgendwie schlafen gehen würden, ich... Oh, scheiße, das ist wieder so viel Lava. Oh, ja, stimmt. Schlafen ist ziemlich schlecht. Also, ja, nee. Also, ja, nee. Ja, ja, dann wird's irgendwie wieder Tag. Nicht so. Bei den Regeln... Äh, muss ich nachher noch was ändern nach der Aufnahme. Bei den Regeln sollten wir schreiben, Schlafen ist verboten. Nee, nee, das ändert euch nachher noch nach der Aufnahme. Hä, das bringt doch eigentlich eh nichts, schlafen zu gehen. Ja, doch, das bringt eben, äh, doch was. Äh, die Zeit wurde nur angehalten. Wenn man jetzt schlafen gehen würde, wäre immer noch Tag. Dann wäre die ganze Zeit Tag. Oh, shit. Aber ich mein, es würde ja eigentlich eigentlich eh nichts bringen, schlafen zu gehen. Also, eigentlich, weil es ja eh immer Nacht wäre eigentlich, würde es gar nichts bringen. Ja, Nick, willst du mal bitte hochkommen? Ja, ich komme gleich. Ja, aber eventuell ist jemand schlafen und weiß das, dass das, äh, so gehen würde. Beziehungsweise, er möchte einfach das umgehen. Warum sagt er jetzt überhaupt gerade? Weil nach der Aufnahme ist er sowieso, äh, wieder weg. Das werde ich ja nachher beheben. Ja, und das ist ja bei mir, der 2L sogar schon der dritte oder der zweite zumindest Part, weil... Das ist ja eh ne gute Kasse. Ich mach da auf so'n Piepston drauf. Ich habe jetzt 24 Eisenerz, könnte mir jetzt eine komplette Rüstung machen. Äh, wenn ich wahrscheinlich gar nicht dran denke, dass ich das mache. Wir teilen ja sowieso und ich habe ja sowieso schon den Spazer. Ja. Paule Sau. Paule Sau. Paule Sau. Vielen Dank.